Willkommen zurück zu Battlefield Heroes auf der Buchenwucht National Gunner und Tank Action. Ihr wisst bescheid, muss immer sein. Oh, ich wollte doch Hallo sagen, nicht? Aua! Hallo, Venus, weg mit der Karre. Na, ja, warte dahin. Kommt da doch. Scheiße, nicht erwischt. So. Ich geh mal raus. Muss nicht sein, jetzt hier. So. Also. Hallo, ich will hier, geh mal durch. Ah, ja, ja, ja. Shit, verlieg ich. Ja, nie, geh ich. Ach, von hinten kam auch noch einer anscheinend. Ja, aber das ist natürlich immer böse. Boah, wo sind denn hier die ganzen Autos schon wieder hin? Gibt's doch nicht. Hat jeder ein Auto geholt, oder was? Jei. So. Schade. Hm? Ja, guck mal hier. Vollbleidend. Selber benutzt, weißt du? Äh, geil. Hier sind wir. Ja, Punkte! Punkte! Ich will Punkte haben. Na, jetzt bin ich. Aber das war auch alles da. Hallo? Die sind gar nicht eingeschnitten. Hm? So, der Scheiß. Eine Fresse. Also hier vor die Runde. Ich hab hier vor schon, äh, ich wollte nur allerdings die Runde zu Ende laufen lassen. Da war das aber deutlich knapp, war das hier. Ist ja irgendwo ein bisschen witzlos, ne? Scheiße. Scheiße. Bäms! Alter! Pfff! Oh Mann! Der war gut. Der hat mir gut gefallen. Ja, oder presch du mal. So. Nächst mal. Ausgeglichen hier, ne? Also zumindest von, äh... Och, er schreckt mich doch nicht so. Ja, hier brauch ich keinen, um Medic zu fragen. So. Das war gut. Oh, das war nicht so... Oh. Alter. Scheiße. Ich hab mich mal wieder erschreckt. Woah. Jetzt kotzt er gleich. Er muss ja irgendwas kommen jetzt. Hä? Oder nicht? oh das ging sehr schnell naja gut oh guck mal jetzt ist aber da muss der vollwasch wieder den panzer holen ich hab's mir nicht ausgesucht ihr habt's gesehen auto wo kommt der denn her nein ich benutze keine schraube für sich hab eh keine eingepackt der letzte scheiß schade er kommt von die ecke schade schade ach da oben sind sie jetzt ich musste ich muss weg ja gut da brauchst du mit dem gunner nicht unbedingt nein muss man da nicht machen naja also den dings hole ich jetzt hier nicht mehr ich hab jetzt gerade mal kurzzeitig überlegt sterben will ja auch nicht mehr gut naja ich bin der polisch gold boy der war eben schon mal hier vor in der runde wo ich den aufgenommen hab war der schon bester spieler oh bin schon überholt worden noch oh 20 punkte sauerei gut leute danke fürs zuschauen bis zum aber ich hab mit abstand die beste kd immerhin nochmal danke fürs zuschauen und bis zur nächsten runde tschüss 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 Vielen Dank.